jetzt sind wir wieder mal zurück auf einer runde god of war ragnarok kapitel 4 zuletzt haben wir tor aufs maul gehauen und er danach sehr abgehauen jetzt müssen wir atrios suchen super doch ich hab dir zu gehört gibt es hier keine rabe von odin ok ok gibt es hier nicht zu sammeln doch ich könnte doch hier eine runde was kann ich denn hier gar nichts ok was denn doch musst du so ich bin jetzt wieder zurück super wo ist mein sohn atrios wo bist du ich hoffe dir ist nichts passiert oh mein gott atrios er hat sich sorgen gemacht wie bitte ich konnte nichts hören als du rausgehst ich habe abgelehnt offensichtlich gott ja das musste leider ja 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 das stimmt der junge hat recht du brauchst ein neues haus woher willst du das denn wissen komm gib ihnen eine chance kathos er nimmt seine klingen wieder oh ha m 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 so was rüsten wir jetzt auch okay habe ich denn überhaupt was neues jetzt warte mal wie das schulterrüstung hat stärke 5 abwehr 3 stärke 3 abwehr 6 natürlich brauchen wir so mehr schutz okay so fähigkeiten was ist das leviethanachs chaos klinge öffnen sie leviethanachs okay werte hilfe so die chaos klingen habe ich neue griffe nein ok atreos clown bogen hat er immer noch jetzt können wir gehen mhm vergiss das geld nicht hätte ich jetzt auch gemacht mhm mhm würde ich auch sagen was hat er vor mhm Geil, jetzt kann ich schon solche Hindernisse umgehen. Oh, die Brücke ist hierüber. Wir brauchen einen anderen Weg zum Teil. Dann müssen wir da lang. Immer seine Träume. Stirb, Alter. Geil. Also die, meine Klingen, Chaos-Klingen sind immer noch die besten Waffen bis jetzt. Was ist da? Stirb. Ja, genau. Das ist die Beine. Das ist die Beine. Das ist die Beine. Das ist die Beine. Was nicht? Also für einen Toten war Odin sehr versessen darauf, dass man ihn nicht findet. So, nach oben. Was machen wir jetzt? Runter. Ha, ha, ha. Okay. Ähm. Ich muss meine Axt werfen. Da ist es hier so dunkel. So, auf nach oben. Wohin gehe ich jetzt? Da lang. Nächster. Nächster. diese Waffen ist gut. Was kann ich denn jetzt noch kaufen? Gibt es nichts mit Leviathan-Axt, was ich kaufen könnte? Ich meine meine Chaos-Kling. Fähigkeiten. Super. Da. Darauf habe ich gewartet. Was kann ich denn mit dem Chaos-Kling alles? Das habe ich schon gekauft. Fernangriff. Ich weiß, was ist das? Hyperionsgriff. Alderschwede. Lodern der Explosion. Kann ich mehrere treffen. Ausweich-Glut. Wirbel-Chaos. Chaos-Ansturm. Schwierig, schwierig. Ich glaube... Ich glaube, ich nehme lodernde Explosion. Was ist das nochmal? Frostverdunster. Ach was! Das kaufe ich und dann kaufe ich nochmal diese Waffe. Atreus. Warte ich noch ein bisschen. Ich kann mir also nichts mehr kaufen. Okay. Ich werde alles zerstören. Okay. Auf geht's, Junge. Ich folge dir. Tüsch! Ich wusste gar nicht, dass ich das kann. Ach, verstehe. Ich kann also quasi jederzeit das hier so wechseln. Okay. Wusste ich nicht. Okay. Ich will aber mit ihm diese Verbindung. Also, wir gehen er auf unserer Seite. Und wenn jemand weiß, wie ich sein soll, dann er. Wenn er da draußen ist, müssen wir ihn finden. Wir müssen dann hier. Das sind viele wenn es krägst. Das weißt du. Das wirst du bald sehen. Was muss ich denn machen? Ach, ich muss nach oben. Wie komme ich nach oben? Ich sollte doch... Aha. Verstehe. Ähm... So. So. Och ne. Flammenpeitsche Drücken Sie wiederholt schnell Dreieck, um eine Chaos-Klinge mit Feuer zu laden. Okay. Boom. Geil. Stirb. Gün. Boom. Boom. Wer ist das? Bum! Ja. Stimmt. Alter, ihr regt nicht alle auf. Ich muss was einsammeln kurz. Junge! Kann ich meine Axt? Ist es nicht schön, dass Finn wohl in der Mitte drehen wird? Ähm. Alter, und ich lasse mich treffen von diesem... Jetzt reicht's mir. Bum! Runen. Ach was, er kann jetzt auch Runen lesen. Gut. Oh, er ist wirklich gut, da wenn du auch... Und das nächste Wind ist... Okay. Bum! Stirb doch mal endlich! Bum! 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 Blut vergießen ist nichts Neues für mich, aber so viel davon auf einem Ort... Ah! Alter! Wer ist das? Alter! Wer ist das? Ist das ein Zentaur? Bum! Wie? Du greifst mich einfach so an! Wir haben wohl unseren Jäger gefunden! Scheiße, scheiße, scheiße! Ja! 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 Das ist dasflug. Ja! لا! habe ich sie. Was ist denn mit der... Was ist los? Was ist jetzt... Was ist gerade los mit dem Spiel? Was ist das? So. Okay. Jetzt hat sich das wieder gegeben. Boom. Boom. Ah, ich kann sie nicht mal treffen. Boom. Boom. Stirb doch mal endlich. Ist ja auch kein sicherer Ort mehr. Runenangriff. Juwelengewehre, Kratos, Zugang zu leichten oder schweren Runenangriffe. Okay. Was habe ich denn jetzt bekommen? Bis des Winters nochmal. Aktivieren. Dann drücken sie bei einem L1 Blocken und dann L1 Leichtenangriff. Okay. Na, ich habe keine. Ja. Ja. Vater. Der Schild. Die Motorhäuser. Der Tor hat ihn beschädigt. Jetzt können die Zwerge ihn sich anziehen. Vielleicht später. Wo bist du, Junge? Ich muss kurz was einsammeln. So. Man kann nicht nur, man muss auch ein bisschen sammeln. Warum sind wir wie Atreus? Ja, wir finden viele. Ich habe sie gesehen. Ach, da bist du. Ich suche dich die ganze Zeit. Ich muss diesen scheiß Baum jetzt wegmachen, oder? Wie mache ich das denn? So. Na also, aber bevor ich da irgendwas mache, wie kriege ich das hier? Was ist das? Geschichtsunterricht. Geschichtsunterricht. Schaut zu. Das ist wirklich neu. Was ist das? Boah, heftig. Boah, heftig. Ja. 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 Was hat denn was davon zu tun? So kommen Sie gleich. Schaut, hier ist Ragnarik. Seht ihr, wer die Armeen gegen Odin anführt? Das ist Tier. Wenn er zu Ragnarik da ist, ist das, dass er am Leben sein muss. Und er ist ein Mensch. Und Odin sagte mir, er habe Tierarzt. Und damals vertraut er. Dafür hätte er es sein. Was, wenn er ihn nicht getötet hat? Was, wenn er ihn bloß die ganze Zeit irgendwo eingesperrt hat? Wir sind wieder beim Film. Es reicht. Warte. Wir gehen nach Hause. Warte. Eines muss ich dir noch zeigen. Es ist gleich hier. Ja, sah. Zeig doch mal, Junge. Was willst du mir zeigen? Was ist das? Alles, was ich fand. Ja, fast alles. Das ist riesen Handwerkskurse. Warst du wieder in Jönschen? Nein. Das lag in einem anderen Schrein. Anderer Schrein? Das lag in einem anderen Schrein. Zumindest bei allen, die ich im Mokad erreichen konnte. Hm. Ich kenne das nicht. Aber es ist wichtig. Wie bitte? Hinter meinen Rücken. Ich habe ihn überredet. Es war nicht seine Idee. Ich brauchte jemanden, der aufpasst. Vertraue deinem Sohn. Ich bin所�ang. Ja. Ja. Die Zwerge sind seit langer Zeit in der Hand Das ist es Hier ist also ein Fragleifheim In einer Miene Ja dann Gehen wir mal rein oder Wir gehen heim So Wie komme ich denn Was ist denn Ziel jetzt Ich muss hier irgendwas suchen und da oben Ist auch noch was Ich bin so ein kleiner Grabräuber Da Das hat doch die ganze Zeit geleuchtet Warte mal Bevor ich Boom Boom Jetzt gehen wir erstmal runter Ich hab Hönungs Oh ich hab ja gar keinen Schinn Hey Boom Ohne Schild komme ich ja wirklich durcheinander Und Stirn Alter Was ist das Was wirst du denn für ein Tier Boom Jetzt Boom Boom Jetzt reicht's mir Boom So macht man das Boom 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 Fast zu Hause Auf einfach In dem Jungen seinen Neugier nicht üben Das gehört zum Jugend dazu Das stimmt. Hör ihm gut zu. Der hat recht, der alte Mann. Mimi ist ja auch der allwissend beschlauste Mensch der Welt. Ja, so ein eigentlicher Gott. Sind wir jetzt zu Hause endlich? Ah, da bist du ja. Ich habe schon alles mitbeirrt, dass du mit ihm ohne mein Zustimmen weg warst. Wir sind auch der beliebige Zeit gegangen. Wir kennen keine anderen Zweige. Abgeschlossen, Fimbo Winter. Oh, richtig schön. Es ist nicht viel, aber wir sind sicher vor Pindulater und auch ohne Traum. Und die Ossi und den Schlagfahrer in meinem Haus. Ja, außer ich sehe. Nein, ich bin kein Klausel. Was ist das? Komm rein. Komm rein. Also, bitte trete die Füße an. Und zwar trönt mich. Ich warte. Du trittst die Füße nicht. Also gut. Die Schlafzimmer sind da. Die kriechtet gleich dort. Hat... Hat jemand... Was wir brauchen, ist meine Mutter, nach Schwabelfen zu retten und hier zu retten. Aber im Leben, ich mache das Tier auf. Was? Schon gut. Ich habe es Ihnen erzählt. Tja. Ja, alles. Wahrscheinlich. Das ist ja nicht schon geöffnet, weil wir für etwas brauchen. Das ist deine Wiese brauchen. Oh. Die Huldu-Brüder brauchen also endlich die Dienste des glücksten lebenden Menschen. Genau so ist es. Oh. Sein Bruder ist da. Wie ist das reingefangen? Was für Hel ist das überhaupt? Das ist mein Sohn. Was in Jons Midas' Namen ist mit ihm passiert, ist jetzt viel zu groß und sieht jetzt so aus. Das ist deine Schuld. Also los jetzt. Besorgen wir ihm etwas, das wenigstens was. Er wird einfach älter, du dummer Tromm. Hattest du nie eine peinliche Phase in deiner Jugend? Hä? Peinliche Phase. Das ist voll geschehen. Aber ab sofort sprichst du besser ein Machtwort, wenn du weißt, was gut ist. Oh, er versucht es. Glauben. Ja, und dann rüsten du euch scheiße mal aus, bevor ihr euch wieder herumtreibt. Sein Schild ist kaputt. Sein Schild ist kaputt. Sein Schild ist kaputt. Wär's dir nicht lieber, wenn ich einfach ein neues mache? Oh, ist das nicht süß? Es ist ihm sehr wichtig. So, was habe ich denn jetzt? Steinmauerschild, was ist das? Ich glaube, ich nehme Steinmauerschild, ob so der Angriff hat, zurückzuschlagen. Boom. Sehr schön. Sehr schön. Wickel des Überlebens. Warte mal. Stärke 1. Auf, Dingsda. Wickel des Überlebens. Stärke 5. Boah, ich habe keine Ahnung, was. Verstärkte Höhenabwehr, Stärke. Super. Was? Ich kann schon verbesserte Stufe machen. Heftig. Nicht genügend, okay, jetzt gucke ich mal. Hüftrüstung. Was habe ich da? Natürlich brauche ich mehr Abwehr. Bin wohl, wenn sie hat unser Mädchen ziemlich mitgemacht. Gib sie her. Sie brauchen dringende Kasseliebe von Kropp. So, verbessert. Okay, ich bin jetzt fällig. Was ist das? Das Haus ist toll, so. Ich bin jetzt fällig. Du bist echt toll. Okay. So, meine lieben Freunde, jetzt endet es mit Kapitel 4. Ragnarok, wir sehen uns das nächste Mal.